Hallo liebe Vitalisten, ich bin's wieder Manuel. Diesmal mit einem Video zum Thema Koordination. Koordination hat viele Gesichter, ob es jetzt die Hand-Augen-Koordination ist, die Koordination von Kopf zu Füßen oder welche auch immer. Ich möchte mit dir heute eher die Hand-Augen-Koordination stärken plus den Rumpf und den ganzen restlichen Körper. Was brauchst du dazu? Du benötigst ein bisschen Platz um dich herum. Also ein Schritt nach vorne sollte ohne Probleme möglich sein. Genauso wie nach hinten als auch zur Seite. Also ungefähr anderthalb Meter, zwei Meter Abstand um dich herum. Woher kennen wir das? Genutzt wird von mir heute ein Redondo-Ball. Ich finde die Redondo-Balle ganz klasse. Ich habe so ein Ding auch zu Hause. Eines der kleinen Sportgeräte, auf die an sich keiner verzichten sollte. Ich mag die. Ist schön weich, da kann man auch mal richtig zupacken, ohne dass die kaputt gehen. Auch wenn der Mann wogegen fällt, macht er nicht sofort was kaputt. Hast du keinen Redondo-Ball, geht auch ein Handtuch geknotet oder ein paar Socken. Irgendetwas, wo du in jedem Fall einen guten Griff hast. Denn um Griffkraft möchte ich mich heute mit dir nicht so sehr kümmern. Los geht's! Wir fangen einfach an und steigern uns dann in der koordinativen Intensität. Am besten stellst du dich hin, sorgst für ein bisschen Platz um dich herum und schnappst dir dein Handtuch, deine paar Socken oder vielleicht hast du ja noch einen Ball gerade kopfbereit. Los geht's! Beide Hände halten den Ball. Eine Hand für den Ball über oben, über den Kopf und gib ihn in die andere Hand. War das noch schön weich? Wichtig ist allerdings trotzdem zumindest eine kleine Vorbereitung für deine Gelenke. In dem Fall hier für deine Schulter. Noch drei Runden. Dann wollen wir die Richtung wechseln. Richtungswechsel. Wir gehen mal ein paar Minuten um uns herum. Ob du jetzt die ganze Zeit den Ball vor dir übergibst oder auch mal versuchst, den Ball hinter dem Gesäß zu überreichen. Halte ich für keine schlechte Idee. Wichtig dabei, achte bitte auf das Öffnen deines Brustkorbs. Das Übergeben des Balles hinten sollte nicht zur Last der Schulter gehen, sondern eher zugunsten deiner Schulterbeweglichkeit. Okay? Hinter dem Po in die andere Richtung übergeben. Wir gehen noch acht Runden rum. Noch sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Letzte Runde. Wunderbar. Genau. Okay. Ja. Hinter dem Po ist auch das nächste Stichwort. Der Ball wird vorne übergeben und du versuchst, so gut es geht, über hinten, gerne auch über unten den Ball noch zu überreichen. Also haben wir nicht so sehr die Beanspruchung. Ständig über den Kopf für deine Schulter. Gehen aber hinten tief rum. Noch fünf. Vier. Drei. Zwo. Letzte Runde. Letzte Runde. Richtungswechsel. Acht Stück. Sieben. Mach es dir zum Ziel, dass der Ball den Po nicht berührt, wenn du ihn schon übergibst. Noch sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Letzte Runde. Gut gemacht. Okay. Ja. Kleine Vorbereitung für die Schulter. Weiter geht es mit dem bewusst weichen Gegenstand. Kleiner Bellenbrillenträger. Lass genug Abstand mit dem Gegenstand zu deinem Kopf und beginn mit dem Ball um deinen Kopf zu kreisen. Auch hier kannst du unglaublich viel für deine, ja, Wahrnehmung für die Koordination tun. Schließlich muss der Ball ja hinter dem Kopf um dich herum, ohne dass du ihn siehst. Arbeite auch hier mit viel Schulteraktivität. Dein Kopf so aufrecht, wie es nur geht. Am besten komplett unbedingt. Wechsel mal die Richtung. So dass auch hier nochmal der Planeten und dein Kopf ein paar andere Kreise in die Kreisrichtung ziehen kann. Wunderbar. Und ja, auch hier, wenn du merkst, Schultern werden schon wieder wärmer. Und dann haben wir genau erreicht, was wir wollen. Nämlich die Muskelaktivität selbst zu steigen. Etage tiefer. Kreis mit dem Ball nur noch um deine Hüfte. Okay. Auch hier geht es viel mehr darum, nicht dass der Ball nur den Kreis ist, sondern hier, bleib offen. Deine Schulter. Öffne sie. Bleib im Rumpf angespannt und nutze die Beweglichkeit, die du hast. Immer wenn der Ball hinten ist, öffne den Brust. Nutze die Beweglichkeit. Und wenn es dann doch mal ein bisschen vorbeischacht, wie du bei mir siehst, ist das nicht schlimm. Wir machen ja Training, um besser zu werden. Wunderbar. Und wenn deine Arme wieder können, folgen wir. Wir kreisen um den Kopf und um die Hüfte. Um den Kopf und deine Hüfte. Bleib mit dem Kopf. Bitte aufrecht. Blinkrichtung möglichst nach vorne. Arbeit aktiv und viel mit deinen Schultern. Gut. Okay. Ist ganz unerlässlich, dass wir hier die Muskeln wirklich warm haben. Hier noch drei Runden so rum. Zwei Runden. Letzte Runde. Richtungswechsel. Sollte jetzt nicht ganz klar sein, was jetzt hier der Richtungswechsel ist, egal. Kreis um Hüfte und um Kopf. Okay. Kopf und Hüfte. Kopf und Hüfte. Kopf und Hüfte. Fünf Runden. Vier Runden. Drei Runden. Und wieder ist die Schulter. Der aktive Teil. Letzte Runde. Super. Neue Station dazu. Deine Beine. Wir gehen langsam. Stetig voran. Leichte Kniebeuge. Zumindest so eine Kniebeuge machen, dass du mit Hilfe des Anwinkelns der Beine mit dem Ball unter dem Schenkel vorbeikommst. Gerne beide Beine wechseln. Wir machen zehn Runden. Bist du bereit? Drei. Zwo. Und das erste Mal eins. Und wie du siehst, nutze. Nutze deine Beine, nutze die Hüfte, die Beweglichkeit der unteren Extremität, um hier Platz zu schaffen für den Ball, um hier mit dem Oberkörper gerade, stolz und aufrecht zu bleiben. Okay. Sehr schön. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Und wir gehen an den Anfang. Und der war ganz gerecht. Du kreist um den Kopf, um die Hüfte und um beide Beine. Sehr schön. Eine Runde geschafft. Zehn Runden machen wir davon. Es geht fix. Mach dich bereit. Drei. Zwo. Und. Geh mit mir. Zehn Runden. Um den Kopf. Um deine Hüfte. Um die Beine. Eine Runde geschafft. Zweite Runde. Große Klasse. Schupp. Guck. Bleib die dritte geschafft. Wenn du merkst, ach ja, die Oberschenkel können, bleib die dritte. Bleib gerne unten. Hin. Her. Kopf. Hüfte. Beine. Beine. Kopf. Hüfte. Beine. Beine. Kopf. Hüfte. Beine. Beine. Ich glaube nur vier. Ich glaube nur vier Stück. Vier. Drei. Zwo. Letzter. Kopf. Hüfte. Beine. Beine. In Ordnung. Leicht. Nächstes Level. Ich möchte mit dir zusammen deine Beine ein bisschen mehr aktivieren. Statt nur in den stabilen Hockstand zu gehen, in die stabile Kniebeuge zu gehen, probieren wir jetzt einen Ausfallschritt. Okay. Stabiler Stand. Los geht's. Einmal um den Kopf. Um die Hüfte. Und jetzt ein Bein nach vorne. In die Kniebeuge. Ball drunter. Aktiv zurück. Anderes Bein vorne. Mit dem Ball um das Bein. Und zurück. Okay. Bist du bereit für zehn Runden? Wir machen nur fünf. Fünf mit dem einen. Fünf mit dem anderen Bein. Das wird lockern. Versprochen. Okay. Auf geht's. Kopf. Ho. Erstes Bein. Zweites Bein. Zwei Runden schon geschafft. Der Wahnsinn. Kopf. Bauch. Bein. 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 Zweite Runden. Bein. 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 Nur noch zweimal das Ganze. Kopf. Bauch. Ein Bein. Ein Bein. Ein Bein. Und noch. Kopf. Bauch. Dein Bein vor. Das andere Bein vor. Okay. Auch hier. Klar. Du kannst das Tempo erhöhen. Du kannst das Gewicht steigern. Wer sagt, dass man das nur mit einem Ball machen muss, wenn du dich komplett unterfordert fühlst. Ansonsten. Koordination. Lieber Vorbelastung. In Ordnung. Zum Stand. Auch hier. Du kannst jetzt ganz viele Kniebeugevarianten machen. Ich möchte dir noch was entspannteres zeigen in der Rückenlage. Ähnlich wie sie machen. Den Redondo Ball brauchst du griffbereit neben dir. Du gehst in die Rückenlage. Stellst die Beine auf. Und wir lassen diesmal den Kopf aus. Das ist wahrscheinlich für die Halshütosäule ein wenig unbequem. Was sich allerdings wunderbar umkreisen lässt, ist in dem Fall dein Becken. Okay. Denk dran. Beine aufgestellt. Konzentriere dich auf deinen Rumpf. Roll das Becken hoch. Und los geht's. Ja. Abgekürzt. Fünfmal in die eine Richtung. Fünfmal in die andere Richtung. Mit dem Ball um dein Becken. Los geht's. Du bleibst oben. Okay. Okay. Eins. Zwei. Drei. Das ist dann eher eine statische Variante für den Beckenlift. Allerdings eine schöne Rumpf für die Schulter und den Rumpf. Weil wir eben auch immer halten. Zwei. Eins. Okay. In Ordnung. Das als kleine Vorbereitung. Oh. Anderer Gedanke. Viel cooler. Beide Beine sollen umkreist werden. Ja, die machen wir ganz leicht erstmal. Ein Bein ran an dich. Der Ball kann gut herumkreisen. Das andere Bein ran an dich. Wenn du jetzt merkst, das ist sehr leicht. Natürlich Variante oder Variation, das ein bisschen schwerer zu machen, Bleib doch mit den Beinen in der Luft. Am besten folgst du dir. Beine in der Luft. Einzug umkreist. Also hier runter. Umkreisen. 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 Und auch hier ist es dir überlassen, ob du das Bein angewinkelt und Richtung Boden führst. Oder ob du es vielleicht ausstrecken möchtest, um so die Intensität zu erhöhen. Folgen mir. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Eine noch. Prima. Eine Sache noch. Warum nicht die zwei Übungen miteinander kombinieren und somit deutlich intensivere Trainingsblastungen rausholen. Einfacher Gedanke. Du gehst in Beckenlöst und lässt wieder den Ball einzeln um jedes Bein kreisen. Hier achtet immer auf deine Rumpfspannung. Ball ums Bein. Ball ums Bein. Okay. Damit du auch was davon hast, zehn Runden mit mir gemeinsam. Becken hoch. Bein heben. Und los geht's. Und eins. Und zwei. Bleib mit dem Po oben. Und drei. Wir gehen nur bis zehn. Und vier. Und fünf. Und sechs. Und sieben. Und acht. Zwei mal noch. Und neun. Die letzte Runde. Rum. Rum. Becken ablegen. Ball kurz beiseite. Ganz in Ruhe in den Sitz. Gut. Das auch hier als Beweglichkeit-Koordinationstraining für den ganzen Rumpf, für die Beine, für deine Arme, für alles. Alles in allem. Bleib gesund. Bleib stark. Pass auf dich auf. Passt auf euch auf. Und bis ganz bald. Macht's gut.